So Freunde, ich sag mal Hallo und herzlich Willkommen. Ich bin der Zuberaub und ich möchte euch auf einen Termin hinweisen, der jetzt am Samstag, der 7.04.19.30 Uhr auf YouTube und auf Twitch ist wieder die 2 der Gaming Talk. Zusammen mit dem Kuga, da wollen wir diesmal das Thema Simulationen auseinanderklappüstern, Freunde. Das wollen wir natürlich mit euch zusammen machen, deswegen fleißig dabei sein. Ich hoffe, ihr seid dabei, ihr schaltet ein, ihr schnackt schön im Chat mit, da würden wir uns natürlich mördermäßig drüber freuen. Und wie gesagt, wir wollen mal die Simulationsspiele so ein bisschen auseinandernehmen. Was ist ein gutes Simulationsspiel, was ein schlechtes und was ist überhaupt ein Simulationsspiel? Da geht das nämlich schon los, also da hatten wir uns schon so im Vorfeld, so ein bisschen im Vorgespräch, so ein bisschen sehr behakelt. Also da muss man sagen, das ist schon ein großes Feld, was wir da abdecken wollen. Und auf jeden Fall, Simulationen ist unser Thema und wir hoffen, ihr schaltet ein. Weil danach wollen wir noch ein kleines Spielchen machen, der Kuga und ich. Das ist so ein bisschen Retro-Style-Technisch, das geht ein bisschen dahin. Da ist aber auch eine Simulation irgendwo und der Kuga hat sich da oder freut sich da extrem drauf. Und ich freue mich da auch wahnsinnig drauf, dass wir das mal zusammen testen werden, dass wir das zusammen mal spielen werden. Was es noch genau ist, das verraten wir nicht, das wird dann kurz und knapp noch erzählt, nicht jetzt. Wie gesagt, Freunde, schaltet ein nächsten Samstag, jetzt Samstag, 7.04.19.30 Uhr auf YouTube und auf Twitch, die 2 der Gaming Talk. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet, wenn ihr dabei seid. Bis dann, also schön im Kalender ankreuzen, ihr wisst Bescheid ankreuzen, anstreichen, dass Samstag was los ist, dass ihr da nichts vornimmt, euch nichts vornimmt. Und dann sehen wir uns am Samstag. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.